Hi, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners und heute habe ich Smooth Ambler Yearling. Age 3 years and 6 months. Also 3 Jahre alt und 6 Monate. Smooth Ambler, da habe ich schon vieles davon auch probiert und da habe ich Old Scout Number 7, also 7 Jahre alt, Old Scout 10 Jahre alt. Ich habe Old Scout Single Barrel sogar probiert, ich habe Old Scout Rye probiert, ich habe Old Scout Contradiction probiert. Alles heißt Old Scout immer gesourced. Nun, Contradiction war eine Mischung aus der eigenen Produktion dort in West Virginia und gesourceden Whisky. Gesourced heißt woanders eingekauft. Yearling, also eine Jährlinge, ist aus der eigenen Produktion dort in West Virginia. Der Master Distiller, John Little, hat einfach mal kleine Fässern genommen, 5 bis 15 Gallons. Also ein Gallon bedeutet in diesem Fall 20 bis 60 Liter große Fässern. Und er hat seine Whisky da drin 3 Jahre und 6 Monate reifen lassen. 46% ist tatsächlich immer noch ab und zu mal erhältlich für 40 Euro, Achtung, für eine 375 Milliliter Flasche, also eine halbe Flasche. Also eigentlich, wenn man das hochrechnet auf seine 700 Milliliter Flasche in Europa, 750 in Amerika, wäre das doppelte Preis. Also du bist bei fast 80 Euro für eine Flasche und das ist schon heftig. So, ganz ganz wichtig war, mir wurde gesagt, lange sitzen lassen. Also man sagt, pro Jahr muss man eine Minute im Grunde sitzen lassen, bevor man den genießt und trinkt. Bei 3 Jahre und 6 Monate würde man praktisch sagen, hey, in 3 Minuten ist der Trink fertig. Nein. Ich erzähle gleich was dazu. So, 60% Mais, damit ist ein Bourbon. Bourbon ist immer 51%. Mais in den Vereinigten Staaten. 20% Weizen, wie Makers Mark, sehr, sehr gut. Auch wie Papi, wenn Winkel hat auch einen hohen Weizenanteil, wie auch W.L. Weller. Und es ist 20% denn gemälzte Gerste. Gerste muss man auch drin haben, damit auch das mit der Hefe, dass sehr, sehr gut klappt. Circa 4000 Flaschen wird im Jahr denn hiervon abgefüllt und es gab auch verschiedene Abfüllungen davor. Ich glaube, es gab eine mit 2 Jahre und 6 Monate und 2 Jahre mit 4 Monate und so weiter. Die haben immer wieder ein bisschen was abgefüllt, ein bisschen vor Ort, immer wieder da verkauft, um dann da Kapital auch mit reinzubringen. Wir haben endlich eine mit 3 Jahren und 6 Monate und das ist immer eine zweifache Pot, also eine Brennblase-Distillation. Das, was wir von schottischen Whiskys einfach so kennen, dass es in Amerika auch gang und gäbe, man hat ein Wash-Still, man hat dann ein Spirit-Still und dort wird es erstmal dann auf, keine Ahnung, 28% und beim zweiten Mal kommt es dann auf 65, 68, 70% hochdestilliert. Wasser kommt da rein und dann wird es meistens gegen 60% auch in den Fässern da abgefüllt. Wir haben hier 46% und ich muss sagen, bevor ich es denn rieche und auch probiere, vielen, vielen Dank an Christoph. Christoph hat einfach ein Angebot mit mir, einfach mir ein Angebot gemacht, was ich nicht abschlagen könnte, nämlich er schenkt mir 6 verschiedene Proben und ich schicke 6 verschiedene Samples zu ihm hin. Von Sachen, die ich hier habe, die er nicht hat und umgekehrt auch. Darüber habe ich mich sehr gefreut, das heißt, ihr bekommt 6 verschiedene Videos in der nächsten Zeit von Proben, oder Samples hier von Christoph und er hat echt tolle Etiketten gemacht und eine tolle Flasche und das finde ich echt einfach genial. Also, falls jemand noch ein Angebot für mich hat und sagt, hey Jason, ich habe hier ein paar Exoten, die ihr vielleicht in deines 280 und mittlerweile 80 verschiedene Videos noch nicht getestet hast, von Bourbon und Irland, also bitte frag mich an. Also, whiskeyjason.gmail.de Okay, nun lasst uns mal testen hier. Ich merke gerade eben, ich hätte das hier ein bisschen weiter nach hinten schieben können, damit ihr ein Glas sehen könnt. Also, von Farbe erst einmal. Es ist relativ dunkel, muss ich schon sagen. Also, für ein Bourbon, 3 Jahre alt, das kann sich echt so sehen lassen. Das kommt hier, ich habe hier Papi Van Winkle. Das, also, kann fast mithalten. Irgendwann kommt Papi dran, keine Angst, ja? Habe ich hier, aber es kommt noch. Ich warte mal, ein paar Videos noch. Nase. Junge Whisky, der sehr schnell gereicht wird, ist immer ein bisschen holzlastig. Nicht schlecht. Also, ich habe etwas erwartet, was nicht so gut wäre. Und das ist, äh, relativ. An der Nase. Besser als erwartet. Ich liebe es, wenn ich sagen kann, besser als erwartet. Also, er hat ein bisschen im Nase von, ähm, einen jung gereichten Roggen Whisky, Rye Whisky. Da ist so dieses, ähm, ja, kommt ein kleines bisschen, ich nenne das einfach mal WC-Stein-Note. Das ist ein bisschen ein Citrus-Note, der man in manchen, ähm, Reinigungsprodukte auch findet. Eine Süße kämpft sich ein bisschen durch. Also, hätte ich es nicht gewusst. Ich hätte gesagt, da ist 60% Roggen da drin und da ist null Roggen. Entschuldigung, da ist null Roggen. Das ist 60% Mais, 20% Weizen, 20% Gerste. Aber da ist eine Art Würzigkeit dabei, was ich absolut, was mich irritiert erst einmal. Und, ähm, das ist merkwürdig. Also, ich habe mich echt darauf gefreut. Also, das ganze Konzept hier von John Little, denn da in West Virginia finde ich genial. Er hat extra diesen Ort auch ausgesucht, wo viel Arbeitslosigkeit war. Da war eine Bergbauindustrie und das ganze Ding ging einfach mal im Bach runter und da wird eine hohe Arbeitslosigkeit. Und er schafft Jobs und er schafft auch ein bisschen, ähm, Hometown-Spirit. Einfach diese Begeisterung für sein eigenes Bereich. Und das ist auch eine superschöne Sache. Er soll geehrt werden für das. Und endlich produziert er seine eigene Whisky, bringt es auf den Markt und er verkauft das. Und jetzt kommt wirklich... Also, viel... Ein bisschen holt es schon durch. Also, ich bin gespannt. Also, hm, was sagt mein Mund? Ja, jung. Wow, da kommt doch einiger Mais durch. Viel Eiche. Amerikanische Eiche. Zumindest glaube ich, amerikanische Eiche raus schmecken zu können. Und nach der Abgang ist weg. Kurz. Aber was ich habe, ist, ich habe grünen Tee. Was ich habe, ist... Ich sage, junges Leder. Da ist viel Potenzial drin, wenn man noch ein Jahr, sage ich mal, wartet, vielleicht zwei Jahre. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass diese 20 Liter Fässern überreif schon sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese 60 Liter Fässern ein bisschen noch brauchen. Und die sind sehr gut bei Smooth Ambler. Dinge miteinander zu kombinieren. Und diese Contradiction mit dem Elefant da drauf, diese Video, was ich auch gedreht habe. Das hat auch miteinander gekämpft. Diese Alte mit dem Jungen da zusammen. Und Contradiction heißt Widerspruch. Und da ist echt interessant, was die einfach mal auf die Beine stellen. Irgendwie habe ich Smooth Ambler in meinem Herzen geschlossen. Hauptsächlich, weil sie gelernt haben, gute Fässern auszusuchen für ihr Old Scout. Und ich habe große, große Erwartungen für die Zukunft, was das kommen wird. Hier für ihre Smooth Ambler. 46%. Da ist wenig Alkohol. Also, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe zu wenig hier reingekippt, damit ich dreimal das dann auch testen darf. Ich habe immer meinen ersten Schluck, wo ich einfach mal, hm, mein zweiter Schluck, hm, und der dritte ist klein. Aber das kann ich am besten für mich immer wieder auch definieren, was dann da drin ist. Ja, also, am Anfang riecht er schon anders. Der braucht ein bisschen Luft, der braucht ein bisschen Zeit. Der wirkt jung. Da ist ein junger, grüner Apfel, habe ich jetzt hier. Und jetzt kommt ein kleines bisschen diesen Tabak. Da kommt ein kleines bisschen mehr diese grünen Tee da durch. Da kommt ein kleines bisschen auch hier einfach mal. Ich will es nicht sagen, aber ich sage es trotzdem. Möbelpolitur. Das ist so irgendeine böse Wort jetzt hier bei Bourbon, was immer wieder kommt. Und da kommt ein kleines bisschen hier diesen Citrusgeruch. Ich versuche das auch positiv zu verpacken. Er hätte echt länger im Fass sein können. Hm, nicht schlecht, aber noch nicht gut. So, noch ein letztes Mal meinen Schluck. Kommt in den Mund rein. Und da ist nicht diese typische Süße von Bourbon, was man so kennt. Sondern da ist er, ich glaube, ich habe es schon mal genannt, dieser grünen Apfel. Also, der ist ein Citrusbissin. Und es ist echt schwer für mich immer noch zu glauben, dass da null Roggen da drin ist. Also, ich hätte mindestens 30% erwartet, aber das ist einfach nur Holz, was ich habe. Und das ist ein junges Holz. Ein was wie ein... Bei Makers 46, da ist auch zu viel Holz da drin. Denn da nehmen sie einfach auf diesen Lids auf dem Deckel links und rechts französische Eiche. Und da gibt sehr, sehr viel ab an diesen Tanninen. Holz kommt rein. Dann kommt ein kleines bisschen Alkohol. Alkohol ist zwar da, aber nicht so stark. 46%, kein Problem. Und dann entwickelt sich im Mund ein kleines bisschen ein Spiel zwischen dem Alkohol und dieser Früchte und auch dieser bisschen Tabak und dieser grünen Tee. Und dann schluckt man runter und dann verschwindet dieses Eindruck von Whisky, den man hatte. Also, ein guten Whisky bleibt bis zu zwei Minuten oder länger im Mund. Der bleibt 20, 30 Sekunden. Ein relativ kurzer Abgang. Deshalb. Also, Smooth Ambler. Vierling. Meins drei Jahre, sechs Monate alt. Der ist für einen Whisky, Bourbon, Jung, die drei Dinge. Also, im Grunde zwei Dinge. Also, es ist ein Whisky, der jung ist, der aus den USA kommt. Und das ist tatsächlich ein Bourbon und kein Rye. Ähm, drei. Ich habe mehr erhofft, aber insgeheim habe ich schon erwartet genau das, was ich bekommen habe. Etwas, was okay ist, aber etwas, wo ich mir zumindest einbilde, sehr, sehr viel Hoffnung noch habe. Preis-Leistung. 40 Euro für eine halbe Flasche ist einfach ein 4 Minus. Wer gerne Small Ambler unterstützen möchte und sagt, liebe Leute, also euer 4000 Flaschen, die er im Jahr produziert vom Jährling, ähm, die möchte ich gerne einem eins davon abnehmen, euch unterstützen und ich möchte es einfach so, dass ihr besser werdet da drin in das, was er so tut. Das ist auch ein Learning Curve, eine Lernkurve, was nach oben geht denn da. Ihr habt echt eine exzellente Spürnase dafür, um gute Fässern auszusuchen und jetzt seid er dabei, selbst auch an diese Schraube zu drehen und zu erfahren und zu erkennen, was es bedeutet, guten Whisky, auch gute Bourbon da zu produzieren und die werden in keine zwei Jahren von jetzt, glaube ich, hoffe ich, ich vertraue sogar darauf, ähm, exzellente Sachen auf den Markt bringen, denn mit einer vier Jahre alte Bourbon, der richtig hergestellt wurde, richtig gereift ist und richtig vermarktet wurde, kriegt man etwas, was sehr gut ist. Und wenn man den in großen Fässern reintut und nicht diese Mini-Fässern, hat man etwas, wovon man auch dann tatsächlich schwärmen kann, glaube ich. So, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht, eines Amerikaner, Smooth Ambler, ähm, Jährling, nicht ganz so meinen Geschmack getroffen, verheißungsvoll, aber noch nicht das, was man will. Danke nochmal Christoph dafür, immer liken, falls du noch nicht abonniert hast, bitte abonnieren, ich habe auch eine, ähm, Playliste mit Smooth Ambler, bitte das auch anschauen, Old Scout 7, Old Scout 10, Old Scout Rye, Old Scout Single Barrel, ähm, Smooth Ambler Contradiction, alles ist absolut gut von denen und, ähm, ich finde die einfach toll. Falls du noch etwas bestellen willst bei Amazon, klick auf mein Ding und bestell was ganz was anders, ähm, auch das ist eine Möglichkeit, diese Channel zu unterstützen. Tschüss und bis demnächst.